Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tageshoroskop am 15. Dezember 2018 nach westlicher Astrologie. Wir haben erstmal die zwölf Lebensbereiche und das sind hier diese Karten. Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste, Siebte, Achte, Neunte, Zehnte, Elfte, Zwölfte. Jeder steht für einen bestimmten Lebensbereich. Das erste symbolisiert unsere Persönlichkeit, unseren Auftreten, so sind wir auch wahrgenommen, zeigt auch unseren Aussehen. Das zweite bedeutet Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Finanzen. Die dritte ist Internet, Medien, Kommunikation, Austausch, Schulungen, kleine Reisen, kleine Veränderungen, Kontakte mit Familie, Kontakte mit Verwandten, Nachbarn, Bewegung. Die vierte ist das tiefste Punkt. Hier ist die Basis, die Fundament. Ich vergleiche das immer mit einem Baum. Hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir verwurzelt. Das sind unsere Ahnen, die Traditionen, die Herkunft unserem Zuhause. Und das brauchen wir, diese Stabilität, diese Basis, weil das gibt uns Halt im Leben. Der nächste Bereich sind die Kinder, unserem eigenen Kinder, Enkelkinder, der Bezug zum Kinder, unserem eigenen Kindheit, inneren Kind, gehört auch dazu. Aber auch etwas spielerisch betrachten, kreativ zu sein, unserem schöpferischen Kraft im Ausdruck bringen. Der sechste Lebensbereich ist die Alltag, die Pflichten, die Arbeit, Gesundheit gehört auch in diesem Bereich. Wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Der siebte Lebensbereich ist Ehe, Partnerschaft, aber auch geschäftliche Verbindungen. Der achte Lebensbereich ist die Transformation, das Loslassenprozess, Investitionen, das Geld, aber auch Sexualität. Viele Themen gehören in diesen Bereich, ich könnte sagen die Tabuthemen. Und der neunte Lebensbereich ist eine große Reise, Ausland, Auslandskontakte, Studium, eine höhere Bildung oder die Suche nach Gott. Der zehnte Bereich, das ist das Krone, das Spitze des Baumes, das Größte, was man erreichen kann. Hier bekommt man Ansehen, Anerkennung. Hier ist auch die Berufung. Und die elfte sind unsere Wünsche, Hoffnungen, aber auch Freundschaften, sozialen Kontakte. Und die zwölfte Lebensbereich liegen karmischen Themen und Geheimnisse. Die einzelnen Tierkreis zeichnen, welche Tierkreis zeichnen, öffnet diesen Tor zu diesem Lebensbereich. Bei erstem Lebensbereich die Schütze, bei zweitem die Wassermann. Und Steinbock ist eingeschlossen. So fühlen sich die Steinbock geborenen auch, beengt, eingeschlossen zu sein, gefangen zu sein an etwas. Hier bei dritter Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreis zeichnen Fisch. Die vierte öffnet sich mit Wider. Die fünfte öffnet sich mit Stier. Die sechste öffnet sich mit Zwillinge. Die siebte öffnet sich auch mit Zwillinge. Und Krebs ist eingeschlossen. So fühlt sich das auch an zur Zeit. Die achte Bereich öffnet sich mit Löwe. Die neunte öffnet sich mit Jungfrau. Ganz oben steht die Tierkreis zeichnen Waage. Skorpion öffnet sich das elften Lebensbereich. Und Schütze, die erste, aber auch die zwölften Lebensbereich. Der Zeitpunkt ist Sonnenaufgang. Damit beginnt der Tag. Naturgemäß ist das die Sonnenaufgang. Und diese Energie ist wichtig. Welchen Energie starten wir den Tag? Und genau so schaut es auch aus. Sonne befindet sich in Tierkreis zeichnen Schütze. Ich setze Sonne hier in Tierkreis zeichnen Schütze. Natürlich erst den Lebensbereich. Sonnenaufgang. Ganz klar. Mond befindet sich in Tierkreis zeichnen Schütze. Und hier im dritten Lebensbereich. Ich setze Mond zum Fischen. Merkur befindet sich in Tierkreis zeichnen Schütze. Merkur setzt sich auch hier in Tierkreis zeichnen Schütze. Venus befindet sich in Tierkreis zeichnen Skorpion. Venus im Skorpion. Mars befindet sich in Tierkreis zeichnen Fischen. hat eine Verbindung zum Mond. Das bedeutet, die Männer zeigen Gefühl. Aber heute ist Halbmond. Und Halbmond ist Spannung. Und das bedeutet, Sonne und Mond stehen in einer Spannung. Und das sind die Elementen. Sonne in Tierkreis zeichnen Schütze. Das ist Feuerelement. Das ist aktiv. Das ist die Begeisterung. Auch die Leidenschaft. Und Mond in Tierkreis zeichnen Fischen. Das ist mehr im Rückzug. Aber sehr gefühlsvoll. Weil die Wasserelemente hat mit Gefühlen etwas zu tun. Wenn hier zu viel Feuer kommt, die Männer fühlen sich wie ausgebrannt. Wenn zu viel Druck ist oder zu viel zu aktiv ist, die Männer ziehen sich dann zurück. Es ist diese Spannung. Mars ist im Tierkreis zeichnen Fischen. Natürlich, das trifft jetzt die Männer. Wenn es zu aktiv wird, zu viel Feuer, zu viele Einflüsse von außen. Die Männer sind zwar sehr gefühlsvoll, aber eher im Rückzug. Jupiter befindet sich in Tierkreis zeichnen Schütze. Natürlich, Jupiter und Sonneenergie. Jupiter vergrößert das auch. Wenn die Damen jetzt etwas zu betonen, das wird für die Männer geradezu viel. Jupiter befindet sich im Tierkreis zeichnen Steinbock. Hier eigentlich im ersten Bereich. Das hat mit unserer Persönlichkeit zu tun. Aber raus aus die Enge. Auch nicht uns verstecken, sondern ein selbstbewusstes Auftreten, Lernen gerade. Saturn belehrt uns. Uranus befindet sich im Tierkreis zeichnen. Wider ist immer noch rückläufig, bringt Umbrüche, Veränderungen. Bei Wiedergeborenen würde das bedeuten, in Wohnsituationen. Das ist auch die Wurzel des Baumes. Das kann bedeuten auch, dass wir entwurzelt fühlen, dass Umbrüche und Veränderungen stattfinden, gerade. Neptun befindet sich im Tierkreis zeichnen Fischen. Das sind die Träume. Und das spüren die Männer gerade, ihren Sehnsücht, Träumen. Sie sind sehr emotional. Aber sie lassen sich nicht im Druck setzen. Pluto befindet sich im Tierkreis zeichnen Steinbock. Und hier ist sehr wichtig, auf die Werte konzentrieren und auch um die Finanzen zu kümmern. Aber auch auf die Persönlichkeit. Auch die Persönlichkeit in Ausdruck bringen. Ich habe noch eine Überraschung. Und die Überraschung ist Demeter. Demeter ist Mutter Erde. Mutter Erde und Mutter Erde, dieser kleinen Planeten, das gibt in unserem Sonnensystem, auch die kleinen Planeten, sie befinden sich zwischen Mars und Jupiter. Vermutlich war das mal ein Planet. Und dann sind auch aus der Katastrophe heraus, aus den kleineren Stücken gefallen. Das sind diese kleinen Planeten. Und sie sind natürlich zu diesem griechischen, klassischen griechischen Mythologie zugeordnet. Demeter symbolisiert Mutter Erde. und befindet sich im Tierkreis zeichnen Skorpion. Und das heißt Mutter Erde, die Natur. Das kommt eine gewisse Wandlung. Demeter handelt sich um das Leben auf die Erde, auf die Natur. Pallas Athena gilt als Göttin die Handwerk, die Schmiedekunst und auch die Kriege. Aber nicht in dem Sinne des Pallas Athena jetzt Krieg führt, sondern sie kennt sich aus. Das ist die Strategie, dass sie das durchschaut. Eigentlich ist er für die Frieden. Pallas Athena befindet sich zur Zeit in Tierkreis zeichnen Waage. Und hier handelt sich auch bei Waage um das Frieden. Hera ist die Ehefrau von Zeus. Natürlich die höchste Frau im Olymp. Und symbolisiert das Ehe und auch Respekt von Frauen. Hera befindet sich im Tierkreis zeichnen Stier. Und hier handelt es sich um die Kinder, Familie. Da passt Hera ganz, ganz gut. Vesta oder Hestia, das ist einmal die griechische Name, einmal die römische Name. Das ist die Feuer, vertrete die Feuer, das Tempel. Dieser Tempel, die hohen Priesterin. Ich könnte sagen, sie ist die hohen Priesterin und zeigt das Feuer. Und dieses Feuer hat eine reinigende Wirkung und zeigt unseren inneren Tempel. Unserem inneren Feuer befindet sich in Tierkreis zeichnen Wassermann. Und hier ist auch wichtig, unseren Wert zu achten. Dann haben wir Gaia, Mutter Erde, jetzt nicht die Natur wie bei Demeter, sondern unseren Planet Erde. Unserem Planet Erde befindet sich im Stier. Setze ich zu Hera. Und dann haben wir noch Chiron und zeigt, wo weh tut. Aber bringt auch Heilung. Befindet sich im Grenzbereich zwischen Tierkreis zeichnen Fischen und Tierkreis zeichnen Wider. Ich setze es so zu den beiden. Hier, damit es auch sichtbar ist. Hier sind die Verteilungen, so wie die Planeten sich gerade bewegen. Das ist die Bewegung. Es sind aber auch Verbindungen. Wie ich schon sagte, heute ist Halbmond, Sonne und Mond in Spannung. Und das spüren wir auch, diese innere Spannung, innere Nervosität. Was fehlt als Entspannung, als Ausgleich. Die Feuerelemente, das sollen wir betonen. Das ist die Begeisterung. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und genau das in Bewegung setzen. Pluto steht in einer sehr schönen Verbindung zum Mars und Mond. Und das bedeutet die inneren Kraft. In inneren Kraft zu bleiben. Bei Pluto ist auch die Sexualität betont. Pluto herrscht über die Sexualorgane. Das hilft gerade in Beziehung. Das würde ich jetzt mal in den Beziehungen betonen. Wenn das schon so schöne Verbindung ist. Und Mars, also die männliche Energie, hat diese Verlangen. Und noch die Mondenergie kommt dazu, was die Gefühle auch betrifft. Dann darf man das auch mal ansprechen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse, die Raunechte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben. Es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zum Erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich. Und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt euren Lebenssituation. Auch was wollt ihr verändern, verbessern. Ob das beruflich ist oder finanziell. Oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt. Auch eure Wünsche und Sehnsüchte. Aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Ohrzeit, wenn das möglich ist. Weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten. Passt auf euren Persönlichkeit. Passt auf euren Lebenssituation. Und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl. Wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu. Zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sterne soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und der zweite Stein wird mit Energie aufgeladen. Die weibliche Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation. Passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch. Hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nützen. Für euch persönlich. Oder wollt ihr jemand beschenken? Dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.